guten abend liebe zuschauer von klagemauer tv ich darf sie heute hier wieder einmal bei uns im studio augsburg willkommen heißen zu beginn möchte ich ihnen eine prekäre frage stellen ist das denken im eu-parlament unerwünscht? belakowatsch ein unabhängiger ungarischer eu-abgeordneter sagte im juli diesen jahres bei einem treffen an der moskauer staatsuniversität aus dass die 735 fraktionsgebundenen eu-abgeordneten in wirklichkeit nichts anderes als ein mechanischer apparat oder eine maschine seien die im eu-parlament beinahe automatisch abstimmten hierbei muss man wissen dass die fraktionsgebundenen eu-politiker bei insgesamt 766 sitzen im parlament etwa 96 prozent aller stimmen darstellen ich werde ihnen ehrlich sagen dass man denken und nachdenken im eu-parlament nicht braucht die kriterien für einen abgeordneten ein bestimmtes wissen vorzuweisen und interessen der wähler zu vertreten gelten im eu-parlament nicht ein eu-abgeordneter zu sein sage ich mal vorsichtig ist eine sehr leichte aufgabe und sehr lukrativ von ihm wird nur verlangt vor allem von denen die mitglieder einer fraktion sind dass sie in plenumssitzungen nach der sogenannten stimmliste abstimmen welchen sie vor der abstimmung erhalten der eu-abgeordnete braucht seinen verstand dazu nicht sondern muss nur nach dieser vorgegebenen stimmliste auf den knopf drücken nachdem die abstimmung stattgefunden hat prüft das sekretariat die einzelnen abgeordneten ob sie genau nach dieser stimmliste abgestimmt haben falls nicht müssen sie eine geldstrafe bezahlen die fraktionschefs entscheiden von oben her was überhaupt thematisiert wird die abgeordneten selber fragen nicht nach denken nicht selbstständig sind passiv und lieben das geld wenn das selbstständige denken demnach von den menschen die von uns dafür bezahlt werden nicht übernommen wird müssen wir als volk das nachdenken selbst übernehmen klagemauer tv stellt hierfür kostenlos eine einzigartige plattform zur verfügung informieren sie sich öffnen sie ihren horizont fungieren sie selbst als informationsträger für ihren bekannten kreis und ihre umgebung morgen viertel vor acht sind wir wieder für sie auf sendung für heute wünscht ihnen das klagemauer tv team einen schönen abend bergung der europa die europa ist von der europa ist die europa ist die europa ist der europa ist sie natürlich natürlich um mit dem mit deal in der in die eine viel wertvolle viel interessiert die beherrsinn und ich ddw 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 Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Dugin, aber zumindest Ihrem wunderschönen 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 wunderschönen. Ich habe jeden in der Kastnopku in 1986. Eyça Singland, ich freue mich immer, in MGMU, in Ihrem wunderschönen wunderschönen. Nicht nur noch, sondern noch, ich habe ein paar Wort. Ja, ich bin Abgeordneter Europarlaments. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht möchte. Wir sprechen heute über viele, viele Probleme, die in der Europäischen Union existiert haben. Ich wollte es nicht wiederholen, weil wir es alle wissen. Und ich wollte es nicht mehr hier ausregulieren, die Europarlaments und die Europäische Kommission. Ihre Politik, mit denen ich arbeite, прекрасно sie wissen, nicht nur in der Welt. Und meine Kollegen, die in der Europäischen Union sind. Die Thema, die Thema, die ich möchte, was zu informieren. Bei der Initiative der Abgeordneten Europarlaments und der Europäischen Union der Europäischen Union in Anfang dieses Jahr wurde eine besondere Arbeitsgruppe gebaut. Die Arbeitsgruppe, die sogenannte Mежparlamentarische Arbeitsgruppe zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Union. Mit Ihren Landen ist der Präsidenten der Komitee von Energien und der Europäischen Union der Europäischen Union der Europäischen Union. Natürlich, ich will nicht, ich will nicht, ich will keine Fraktion. Aber ich liebe die Freiheit. Ich bin nicht nur eine Fraktion, ich bin nicht nur eine Fraktion. Ich bin nicht nur eine Fraktion, ich bin nicht nur ein independentist. Ich mache alles, was ich möchte. Das ist der Grund, warum ich konnte, dass ich so-prinzipiert dieser Komitee und Arbeitsgruppe von Energien. Ich will nicht so-prinzipieren, was, sagen wir so-prinzipieren, nicht so-prinzipieren. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich bin nicht so-prinzipiert, wie ich sage, dass die Europäische Union, 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 dann sind es so-prinzipiert. 740 ist nichts anderes, als ein Apparat oder eine Maschine, die wählen kann. Aber man muss nicht denken. Ich sage Ihnen, dass es nicht ein Kriterium sein, dass es ein EU-Deputat, um zu denken, zu wissen, und zu vorstellen, die bestimmte Interesse haben. Ich sage Ihnen, dass es ein EU-Deputat ist. Es ist sehr wichtig. Es ist sehr, sagen wir, dass es sehr, sagen wir so, es ist sehr leicht. Weil, was man von den EU-Deputaten braucht, insbesondere von denjenigen, die in den Fraktionen sind? Es ist 726. Und von ihnen nur noch etwas braucht. Na plenarischen Aussage, in Strasbourg, голосieren so, wie sie bekommen, so называемый список голосuern, folgen, und klicken, wie leicht ist. Ich denke nicht. Es ist sehr, sagen wir. Es ist sehr, sagen wir, dass es nicht so ist. Es ist wichtig. Also, wir werden eher eine Demokratie im Parlament. Es ist so, wenn es das позволяет. Es ist so, wenn es nicht so ist. Wenn Sie die Aussage wählen, dann schlussendlich. Weil, nachdem die Aussage wählen, die die Aussage wählen, wie alle die Aussage wählen. Auf der списung oder auf der списung? Auf der списung der Aussage wählen. Aber die Aussage lieben. Ein weiterer Frage ist, wie viele Deputaten beurteilen oder beurteilen über den Europäischen Union? Aber sie überhaupt nicht wissen, dass sie überhaupt nicht wissen. Sie haben überhaupt keine Ahnung. In Israel beginnt mit dem, wie die Deputaten действуют. Wenn die Presidium der Fraktion nicht diesen Frage nicht zu sprechen, und nicht zu dem Deputaten, dass sie so eine Idee ist, dass sie so oder so eine, 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 so eine. Bis zum Moment wird sie über das selbst denken. Aber heute ist es auch sofort in den Theo-Zeit der土eten Jahre. Aber manchmal wird sie für sich schwo nur anschauen, so eine Aff ADHD und das Handeln. Ver volunteered va delays sie an llevendem. Aber in diesem Fall ein секундes Jahrまで starten, счит ich für konnte was, wjibe ich, die solche Dr vẫn thấy. Und Niemcev kommt regelmäßig, mit seinen Freunden Kassianow und Garikow. Aber wenn sie nicht erlaubt sind, dann wird die Aussprache beobachten. Oh, wir klopfen, auf dem Balkon ist der Herr Niemcev. Das ist ein guter Beispiel, um zu verstehen, was da passiert. Und wenn Niemcev auf die Aussprache beobachten, dass sie nicht freiwillig sind, dann sind sie so, dass sie nicht verstehen, dass sie nicht verstehen. Aber sie haben gesagt, dass sie dort sitzen müssen. Jedes zweit Wort ist guter Putin. Wir verstehen das. Wenn du das zwei Mal sagst, dann ist es sicher. Ich glaube, es ist ein Freund, der auch nicht versteht, was du willst, aber er sagt, weil das ist er, dass er für ihn erlaubt. Für ihn erlaubt er, dass er ihm erlaubt ist, dass er ihm erlaubt ist. Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank.